um die um er spieler und zahlen die jungen dass sie für ein Pseudo-Zaun das war das war komisch. Was ist das denn? Wieso? Dass du immer gleich hingucken gehst. Was ist halt hier? Was macht das? Was kann das? Was soll das? Ist das ne Schonung? Kann man hier Weihnachtsbäume schlagen? Ne, jetzt grad nicht, du. Ui, hüpf! Oh, ich bin ein Känguru. Faszinierend und sie ist immer noch nicht weiter. Was wär? Der war gemein. Wär ich jetzt? Ja. Doch, ich bin schon ne ganze Ecke weiter. Ja, ich hab nicht gleich wieder. Ja, dass du mich gleich hast, das glaub ich. Die, 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 die. Die, 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 die. Also da vorne. Right here. Der erste Knick. Ist das schlimm? Darf die keinen Knick haben? Naja, doch darf die, aber wir müssen Richtung Westen, also eigentlich da hoch. Oh je. Okay. Das ist noch nicht der Spaziergang hier. Ah, hier ist Bedi González. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hier ist Westen. Mach's dir mal leichter und lauf'n bisschen in den Halbkreis. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Darum ist doch die Straße wieder. Guck mal. Hier ist sie doch. Können wir wieder in der Straße lang gehen. So angenehmer für die Füße. Naja, eigentlich nicht. Also zumindest nicht für die Gelenke. Um joggen. Ja, ne. Wo bist du? Ach Gott, da hinten ist jetzt die Straße. Marco. Marco. Gibt mir die Straße weiter? Ich? Was? Ja, ja, du. Geh mal die Straße weiter. Hast du mich überholt? Ja, ich glaube, ich bin nur einfach in den Halbkreis gelaufen als du. Oh, guck. Hallo. Richtig? Richtig. Is that you? Yes, it is me. Aber jetzt macht die hier schon wieder ein Schlinker. Hm. Ein riesiger Baum, der hier umgefallen ist. Wow, 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 wow. schon trampelt es hinter mir. Hallo? Ich bin so leichtfüßig wie ein Elefant. Hm. Ist es still Westen? Ich kann es nicht sehen. Eine Packung Tomaten ist davor. Ja. Was? Tomatensamen versperrten mir die Sicht. My feet are sore. Oh mein Gott. Hat sie denn mit ihren Füßen gemacht, als du da von dem Stein gesprungen bist? Du, das stimmt sogar ziemlich genau mit der Realität überein. Meine Füße. Bei einem 15cm Sprung, du. Ne, mit den Füßen. Ich habe doch auch so schlimme Füße. Also, das passt schon. Die passt sich mir an. Ich kann mich sehr gut übernehmen. Ja, aber doch nicht bei einem... Ja. Hä? Ja, ja, aber doch nicht bei einem 15cm Sprung. Nein, aber wir tun ja, wir tun ja die Füße auch so schon weg. Generell weh. Ja, jetzt weiß ich ja. Ja. Ich habe scheiß Füße. Ach, da unten läufst du. Guck mal, da Bahnschienen. Ja, genau, da will ich hin. Geh schon. Mal links und rechts schmulen, was hier so geht. Dann guck, kann ich mal, wenn du hier schmulzt, kann ich mal auf die Karte gucken, ob wir nicht einfach auf den Bahnschienen folgen können. Oh, hier ist nix. Doch da unten ist ein Haus. Wo? Wo ich hingucke. Da so. Bäume. Ich sehe nur. Die andere Seite. Bäume. Ja. Hey. Oder nicht. Doch da ist irgendwas. Oh, das ist sogar noch sehr. Das ist auch ein Zaun. Da geht's doch. Guck du mal auf die Karte. Ich geh mal spielen. Yo, 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 I am on my way. Oh, what is this? This looks funny. Bahnschienen, 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 Bahnschienen. Man hat euch diese Kackbäume auch überhaupt keine Sicht. Nix. Ist ja witzig. Wenn wir den Bahnschienen folgen und dann müssen wir nur irgendwann da runter. Ich frage es wann. Hm. Oh, was ist denn das hier? Hier ist Zeug. Ein Müllcontainer. Äh, viele andere Container. Novaya Petrovka. Bis dahin können wir den Bahnschienen folgen und dann müssen wir nach Süden. Hier ist ein Umspannwerk. Ein Umspannwerk. Moment. Oder eine Umspannstation. Nein, ein Umspannwerk. Äh, oder doch eine Station. Auf jeden Fall eine Kreuzung für Stromleitungen. Und ein Containerpark, in den ich jetzt reingehe. So viele Container. Kann man in die rein? Nein. Kann ich in den rein? Nein. Mano, kann ich in den rein? Nein. Kann ich in den deinen rein? Ja. Dunkelrot. Dunkelrote Container. Da kann man rein. Ist nix drin außer Blut. Ist ja toll. Das hat sich jetzt gelohnt. Gut. Gut. Du bist noch, äh, an den Schienen? Mhm. Ich stehe hier noch so rum und warte auf dich. Gut. Ich dachte mir, ich mach das mal. Komme ich jetzt. Flinks. Flinks. Flink. Flugs. Meine Hüte. Sag mal, sind das überhaupt die Bahnschienen oder sind das? Ne, das ist doch die Bahnschiene. Das schwarz-weiße hier. Klar. Jetzt versuche ich hier irgendwie... Hm. Na gut. Ach, diese verkackten Berge, ne. Also ich laufe jetzt so halb schräg den Berg hoch, um irgendwie ein bisschen Lauftempo beizubehalten. Jo. Ah ja. So, jetzt komme ich wieder bei den Schienen raus, aber etwas weiter links von dir, äh... Wo bist du? Ich gehe auf den Bahnschienen. Lauf mal die Richtung runter, in die wir eigentlich müssen. Dann kommst du zu mir. Ja, bin ich ja schon ein Stück. Ja, weiter. Noch ein Stück? Okay. Bin ich extra schon ein Stückchen dir entgegengekommen, sozusagen? Siehe ich zumindest noch nicht, oder bist du schon? Ne, ne, warte mal, hier kommt auch ein... Das macht so eine leichte Kurve dann. Ja, ja, genau. Ich glaube, da bin ich gerade. Da bewegt sich was. Da tut sich was. Ja, that's me. Wie schön, dass du schon weiterläufst. Ich dachte mir, ich check mal die Gegend aus, weil ich dachte, hier wäre irgendwas, aber... Nein. My feet are sore. Das ist geil. Mein Charakter ist wie ich. Ich glaube, das wäre so ein Grund, warum ich in der Zombie-Apokalypse sterben würde. Irgendjemand würde mir in den Kopf schießen, weil ich alle fünf Minuten nörgeln würde. Das tut mir die Füße so weh! Mein Problem wären nicht Zombies, sondern genervte Mitreisende. Also ich. Ja. Ja, und auch andere, mit denen man sich zusammentun würde. Irgendwer würde mich erschießen. Na, ich dich nicht. Oder erdrosseln. Erhängen. Foltern. Ein Kissen aufs Gesicht drücken. Irgendwas. Oder mir die Füße abhacken. Wow. Oh. Bin ich gar schön geglitscht? Ja. Voll geil. Hatte kurz Standwind. Hübsch. Voll hübsch. Oh, da unten ist ein Stausee. Hm. Auch nicht schlimm. Brauchen wir nicht. Wie ich einfach gemütlich jogge, während du im Vollspeed hier lang düst. Naja. Oder es versuchst, sagst du. Es versuchst, genau. Und ich trotzdem so ziemlich dein Tempo habe. Ja. Ja, ja. Irgendwann gibt's denn auch meinen neuen Schleppi. Boah, hab ich Bock auf Arbeit morgen, ey. Boah. Ja, ich auch. Obwohl morgen eigentlich ganz gechillt wird. Richtig, bei mir auch. Ne? Patientin-Videos überspielen. Du bist irgendwie im Wald verschwunden. Ne, ich bin direkt. Bei mir zumindest. Ich seh dich nicht mehr. Tja. Bist du wohl zu langsam gejoggt, ha? Ne. Du bist auf einmal weg. Ne, ich bin direkt vor dir. Oh Gott. Ich seh dich nicht. Ja, vielleicht sollst du mal weiterlaufen. Siehst du mich? Ne. Ich sprinte hier fullspeed lang. Du bist weg. Oh Gott. Ne, du auch. So, hier kommt jetzt ein Hügel, wo es runter geht. Die Schienen laufen jetzt hier ein Stück runter. Eine kleine Senke. Runter? Warte. Vielleicht bist du hier. Du bist weg. Bleib stehen, wo du bist. Okay. Hier geht's aber auch runter. Aber hier bist du auch nicht. Oh Gott. Wir sind doch beide in den Bahnschienen gefolgt. Ja. Okay, ich steh noch mit drauf. Ich auch. Wenn jetzt ein Zug kommt, bin ich hin. Ja, bei mir kommen Häuser in Sicht. Vor dir? An den Schienen? Ja. Dann lauf ich nicht. Also rechts von den Schienen. Rechts von den Schienen? Weit rechts von den Schienen oder an den Schienen? Also, ist noch ein Stück entfernt. Ich kann doch gar nicht so genau gucken. Das kann doch nicht sein. Wir haben uns doch jetzt nicht verloren, oder was? Wie denn? Ich weiß es nicht. Oh, warte. Ich hab wieder Schrottsstandbild. Vielleicht glitsche ich jetzt wieder an die richtige Stelle. Ne. Ich bin schon weitergerannt jetzt. Es hat sich nichts getan. Oh Gott. Ich meinte auch nicht warte im Sinne von bleib stehen, um Gottes Willen, sondern... Oh Gott. Jetzt machen die Schienen eine kleine Kurve. Ja. Haben sie bei mir auch. Links verschwindet jetzt der Berg und ebnet sich leicht. Ja. Wir sind auf derselben Höhe. Das ist total witzig. Und rechts unten müssen Häuser sein. Jetzt kommt hier eine dicke Kurve. Es kurvt immer weiter. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Links ist ein Zaun und eine Koppel. Bleib mal kurz stehen. Ich stehe. Links ist ein Zaun, weil ich das nämlich auch gerade sehe, deswegen... Vorne sehe ich jetzt noch eine andere Straße. Bleib noch stehen. Bleib noch stehen. Bleib noch stehen. I'm still standing. An die Straße. Yeah, yeah, yeah. Ich laufe jetzt mal noch ein kleines Stück weiter, um das besser sehen zu können, was da vorne kommt. Ja. Hier links ist ein Schutthaufen. Links von mir liegen jetzt Steine und da vorne sehe ich tatsächlich die andere Straße und ein Dörfchen. Ja, ich auch. Links von mir Steine und genau rechts eine Straße und ein Dörfchen. Das ist witzig. Ich sehe dich nicht. Und jetzt überquere ich eine Straße. Wenn man an diesem Steinhaufen weiter läuft, dann ist links eine... Du überquerst eine Straße? Na, so ein Weg. Oh ja, den sehe ich jetzt auch. Moment. Das ist jetzt gerade ein bisschen gruselig. Du musst doch hier irgendwo sein. Hier kommt so eine Kreuzung jetzt. Ja, wie so ein... So ein Bahnübergang hier mit Holzplanken in der Mitte. Da stehe ich jetzt mitten drauf. Ich auch. Ich stehe jetzt mitten auf der Kreuzung. Ich auch. Soll ich einen Screenshot machen? Ich auch. Was soll ich machen? Aber du bist nicht da. Du bist nicht da. Wo bist du? Was ist hier los? Komm, wir locken uns... Pass mal auf. Wir locken uns genau hier aus. Ich gehe ans eine Ende. An das Mitte. Okay, okay. Ähm, Richtung Dorf guckend. Richtung Dorf guckend? Ja. Welches Ende nimmst du? Das vor dir oder hinter dir? Vor mir. Okay, dann gehe ich an das Ende hier. Und ich stelle mich aber auf die Sprossen davor. So. Achso, meinst du kommt ein Zug? Ne, ich bleibe in der Mitte stehen. Ja, ich bleibe auch in der Mitte stehen. Aber ich stehe nicht auf den Holzplanken. Also falls beim Spawn irgendwas nicht klappt... SKB! SKB! Beenden. Ja. Beenden. Ja. Wenn wir jetzt ein Leben dann da rauskommen, wird's lustig. Haha. So, Verlauf. Oh Gott, welchen hatten wir denn jetzt? Ich hab den nicht drin! Aha. Gibt's doch nicht! Oh! Kann sein, dass jetzt mein Spiel wieder... Ja, mein Spiel stürzt gerade wieder. In used in dem Moment, wo ich erst Kappe gedrückt habe. So, wie hieß der? GER Only Friendly Dingsbums Schnurz. Oh Gott. Ja, Only Friendly, genau. Restart No Warning Dingsbums. Gibt's doch nicht! Was ist da passiert? Ich komme wieder... Ja. Weiß ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ne? Du weißt. Ja, ich muss erst mal Serverliste laden hier. Das ist geil. Was ist da passiert? Da ist aber schon... Das ist eine gute Frage. Oh, es ist aber 0 von 30 gerade drauf. Achso, vielleicht war der Server... Na, pass auf, wir stehen jetzt wieder nebeneinander und da, wo wir uns nicht mehr gefunden haben oder so. Wahrscheinlich wachen wir jetzt mit einer Pampe auf. Ich klicke einfach mal, mal gucken, ob was passiert. Mein Daisy möchte downloaden irgendwas, möchte sich updaten oder so. Nicht jetzt. Ich bin auch nicht jetzt. So, Water of Forest. Ist ja schon mal nicht so gut. Ihr seid live dabei, auf dieser Odyssee. Was für'n Scheiß. Also das ist doch Mist hier mit Water of Forest. Was soll der Rotz?